Für mich als Gärtner ist Natur im Garten nicht mehr bloß nur eine Idee zum Umweltschutz. Nein, Natur im Garten ist eine Lebensart, eine Philosophie, die weit über den Gartenzaun hinausreicht. Natur im Garten-Anhänger wollen unabhängig sein, die wollen sich selbst versorgen, im Eingang natürlich mit der Natur. Und dem Wunsch wollen wir auch natürlich als Gärtner gerecht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017